»Hätte Samuel gewusst, dass seine Mutter weggehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst, hätte ihr genauer zugehört, sie eingehender beobachtet, sich ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben. Vielleicht hätte er sich auch anders verhalten, anderes gesagt, wäre ein anderer Mensch gewesen. Vielleicht ein Kind, für das es sich gelohnt hätte zu bleiben.« »Ich brauche eine Antwort«, sagte Samuel, »du weißt nicht, wie sehr ich eine Antwort brauche. Ich muss wissen, was passiert ist. Ich habe dir alles gesagt, was ich sagen kann. Aber du hast mir nichts gesagt. Bitte, warum bist du weggegangen?« »Ich kann nicht«, sagte sie, »das ist etwas Persönliches.«